Der Werner Busenbauer, meine Damen und Herren, der hat sich auch mal überlegt, dass man mit einem Auto mit einem sehr guten Landsteig-Bus benutzen kann. Und da hat er sich ganz sehr herrlich, was du eben gesagt hast, den Schuppen braucht man auf Schwalm an der Kette, da hat er ein Schwarz gesorgt mit einem Eier-Busenbauer mit 200 Seelen eingeschlagen. So, jetzt ist es ja auch, warum das Röckchen von der Michaela so kurz ist, da hat sich nämlich beim Test die Stoßstammel drin verstanden. Relativ einfach, im US-Sport gibt es G-Leader, vor uns gibt es so eine Lüsteinlage, wenn der John Deere mal wieder auswirkt musste. Aber jetzt bin ich gespannt. Wie ist es verbracht und Werner Busenbauer, diese Autos zu testen, diese Gäbe-Fair-Worm-Abfahrt? Nein, die waren nicht angeschnallt, oder? Nein, die waren nicht angeschnallt. Es gibt 15 Trenzfors, es gibt eine Autos und wir warten auf die Autos. Das war die Autos, die hat sich bei der Stadt, wo ich unterwegs bin. Dann gehen wir mal wieder das Heiligmodell vor dem Beämten. Rutschenmateria. Er ist in der Zeit, 11.6 Uhr. Wie gesagt, 8. Position für die Stadt von 0,20 Uhr. Anzehnte Rund für die 22 Uhr im Ford Racing. Sascha Gallas bleibt aus dem zweiten Rand. Die 21, 11, 8, 0. German Sauber, die Stadtrufe 16. Wirke-Mosition für Adria Schütten für die Stadtrufe 18. Und ich glaube, Patrick Simon, der Wort für extra Einladung, dem extra schwarz-weiß-karrierten Zug, drifft es noch mal büten hier um den Kurs. Ich habe aber jetzt reingefahren, dem, korrigiere mich, kommt reingedriftet in die Maskengasse. Als wir sonst immer viel Spaß haben, die Segelwäsen, auch in der Stadtrufe 18. Gleich noch viel Zeit, der Michelin-Reifen, die an der Geibang-Korbett verbaut sind, hier einmal zu demonstrieren, und diese Mästchen wie beispielsweise eigentlich. Und das ist schon der Abwehrkarmdruck, der zweifelüchtige Unterhalt der Hedl-Beifen, die bitten alle die Zuschauer in den Bereich oder wie man da vorhin ja, hab ich mal' ein bisschen mit drauf, um zu achten, wach zu machen, den Vorfall in der Einfachtsturgien, die GCN-Deführung, wie bereits da unten wollte, wie es da funktiert... ...mehr der Abschreckung, durch hinter dem Sauna. Gleich leicht wird auch geschlossen, sollte das alles funktionieren. Die Geiger-Programm ist auf der Sitzung der Steuern. Er hat geschafft, die Seitenscheibe herunterzubekommen. Ich freue mich, dass Sie sich bewahrten. Ich bin jetzt auf der Sitzung der Steuern. Ja, wir haben schon die Hand aus dem Felser einwändig verbunden. Respekt in der 24. Herr Schöpfer-Wähler, nach der Sankt-Führung bin ich klar, da geht niemand auf mich veräumt. Die muss auch weiterfahren. Ich kann nochmal die Köln-Roller-Aklauf im Auto hören. Ja, wir haben da eben gesehen, aber es waren 360 Straten, rund umgeinnert von einer Sekunde. Ja, ein bisschen zu viel Gas, einfach ein bisschen überspitzt, das gefällt uns besser als Schneider. Und ein Tick zu viel Gas und schon bist du weg vom Felser. Ein Leitling und der Wetter, der ist nicht. Da kommt der Holler. Applaus Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.